Musik Auf der Tournee nach Japan. Malakow hat dort eine eigene Kollektion von Ballett-Trainingskleidung. Seit Jahren führt er in Nippon die Liste der besten Balletttänzer an. Häufig gibt er Gastspiele in Tokio, wie sonst nur in New York und Wien. Wochen vorher schon sind sie ausverkauft. Ich glaube, jeder träumt davon, nach Japan zu kommen. Alle grossen Stars aus der Ballettwelt tanzen hier. Ich fühle mich gut hier. Ich bin glücklich. Es ist wie eine Art Urlaub für mich. Andererseits habe ich viel Stress, den ich nicht zeige. Aber sonst ist es nicht. Malakow präsentiert zum ersten Mal seine Kompanie in Japan. Eine Herausforderung für das Staatsballett Berlin. Das anspruchsvolle japanische Ballettpublikum ist verwöhnt. Noch zwei Tage bis zur Premiere. Das ist sehr wichtig für mich. Jetzt können die Japaner mich nicht nur als Tänzer sehen, sondern als Leiter einer Kompanie. Natürlich bin ich nervös. Ich hatte eine kleine Krise, war unsicher, einfach gestresst. Aber das ist normal bei mir. Die Zeit ist knapp. Trotzdem. Erprobt. Unermüdlich. Selbst noch mit den Statisten. Das ist meine Inspiration. Sie geben und nehmen mir Energie. Ich sehe mir die jungen Tänzer an. Ihr Elan inspiriert mich und spornt mich an, dran zu bleiben, auch wenn ich längst meine Karriere gemacht habe. Aber das verlängert sie. Ich habe mit den besten Ballerinas getanzt. Jede ist anders. Alle geben sie mir Gefühl und Kraft. Bis zur letzten Minute feiert Malakow. Mit Ausdauer. Ein Perfektionist. Dabei die Kontenance bewahrend. Und dann die Premiere in Tokio. Die Bayadere. Malakow als indischer Krieger zwischen zwei Frauen. An seiner Seite die Prima-Ballerina Beatrice Knopp. Macht einfach immer viel Spaß. Weil man sich sehr sicher fühlt bei ihm. Trotzdem aufgehoben. Und man ist auch nicht distanziert auf der Bühne. Malakow beschwört große Gefühle. Es ist immer ein anderes Gefühl. Es hängt von meiner Stimmung ab. Ja, sogar vom Wetter. Ich versuche, alle meine Gefühle zu zeigen. Fliegender Kostümwechsel in 30 Sekunden mit fünf Garderobieren. Der mühelose Triumph über die Schwerkraft. Als ob es schweben würde. Malakow. Malakow, der Luftgeist. Springen ohne jedes Geräusch. Das ist meine ganz eigene Qualität. Mit der Prima-Ballerina Diana Vishneva aus St. Petersburg tanzt er häufig. Ein Traumpaar, sagt man. Wenn ich mit ihm tanze, dann ist es wie ein Wunder zwischen uns. Viel Applaus für eine Vorstellung, die hohe Erwartungen zu erfüllen hatte. Nicht ganz einfach für ihn. Der mächtigste Mann in Japans Ballettwelt lädt zur Party ein. Und Malakow arbeitet schon wieder. Sofort nach dem letzten Vorhang bespricht er mit dem Dirigenten Verbesserungsvorschläge. Ich muss meine Emotionen immer wieder neu aufbauen. Mit Menschen nach oder vor der Vorstellung. Ich brauche diese Energie. Das japanische Publikum ist ganz besonders. Sie sind wirkliche, echte Fans. Sie folgen mir weltweit zu meinen Aufhörungen, schreiben mir Briefe, schicken mir Geschenke. Einfach nett.